Hallo und herzlich willkommen Ach scheiße Hallo und herzlich willkommen Ich bin euer Kader 921 Und ich spiele wieder eine Runde Battle 4 3 Mit mir sind Muffinrad, Volker Daniel und noch irgendjemand Ein Name von Chef Wie bitte? Ein Name von Chef Nochmal Okay Weißen Bekreit Ich heiße nicht Daniel Pss Ich heiße Florian Hermann Das ist auch bekannt als A l l l Ja Das glaube ich schon wer Mist ich hab die Gamesbeet vergessen Geld von Tesco, ich hab die Garmel Street vergessen. Die füge ich gleich ein. Ja, man, please. Hallo? Ja. Es buckt und fuckt alles. Okay, also, wie gesagt, ich spiele wieder Battle Street auf... Nein, tust du nicht. Nein, tust du nicht. Nein, tust du nicht. Ich hab die AEK im Gefängnis, dann die G7. Nein, tust du nicht. 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 Ich hab auch eben gelesen, dass der hier nicht erlaubt ist, das heißt, den muss ich direkt mal austauschen. Du bist mit die Kit. Kann das nennen sich durch Nerven? Och nö. Okay, nix. Bade. Kommst du mal drauf. Wie halt. Franziska, man kann es auch übertreiben. Wie ich nur mal anmerken, dass man es auch übertreiben kann, ist da der Markt hier. Wie hast denn das wieder hingekriegt? In die Mitte. Da hat es genauso ein... Du mich auch. Du mich auch, 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 du mich auch. Dein Raps kannst... Ah, ich hab was, ich hab beide lieben. Also mit deinem Raps kannst... Du kannst woanders hinziehen, zählen. Tue ich ja auch, also für den, hm? Oh, da hab ich hier kein Scheiß. Geil. Oh, mit 2-2, fast vorletzt. Haha. Du wirst nicht besser, also hast du es noch nicht einmal. Ähm. In den Shootern richtig gut. In MW3 hab ich einen 30-1 gemacht. So lachen ja alle heute noch. Ja, hat sich dann über Touren geholt, wahl. Nö, ähm, von meinem Kumpel auf einer wie mit einem Controller. Weiß was ein Controller? Ja, ich weiß, was ein Controller ist, ist es dir früh aufgefallen, ne? Oh, ich hab grad voll, äh, Ultimer. Ich hab nicht, dass ein Dingsverfolger macht. Der Bergfried ist noch nicht komplett. Jetzt aber. Dein Bergfried auch schon komplett? Finde ich nicht, oder? Ne, meiner ist noch nicht komplett. Der ist nur freizügig. Seine Berg ist irgendwie unloblich. Ja, was besser. Das ist doch scheiße. Weil eben ist so. Weil eben ist so Mama. Ich mach doch mal eine wieder auf Kanada 031. Ich mach wieder eine auf Kanada 031. Kann jemand vom TS-Bahn? Kann jemand vom TS-Bahn? Nein. Er nervt hat mich recht. Er nervt hab mich recht. und schiff gut unternehmen etwas ansonsten werden die noch ehren verrecken es war war die nieder erledigt andere sagt es nichts Falsches ich habe auch die glattlich aufblieben Fizzen Banken den Bannen an ein paar Regeln NNN 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 ach so okay 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 Röder über das ist mit dem Weg der Konstrone jetzt bin ich eigentlich sauer auf dich aber wie 3 Prozent ein ein paar Kostbrot ist so das war auch schon die Runde schon was er ist und dann wieder schön für das zuschauen gleich sofort und letzter vom Server vorletzte vom Server alles das Match und Ende so arm wie bitte so arm ich arm warum arm wenn man seine Schuhe anguckt dann weiß man das okay danke fürs zuschauen bis zum nächsten Mal aufs gut ciao